Okay, aber nicht so laut schreien, weil der hier umschlägt, der schnarcht richtig. Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu Erfüll mir deinen Hut! Wir haben heute was richtig Geiles vor euch. Weihnachten steht vor den Tür und unser Netzwerk TubeOne hat sich da was ganz Feines ausgedacht. Und zwar sind wir jetzt Teil von einem Adventskalender und wir sind am 14. dran. Also wie wir schon zu Anfang gesagt haben, im Video geht es darum, dass einer von euch sich seinen Wunsch erfüllen kann. Und das sollte am besten was mit uns zu tun haben, muss natürlich nicht, aber wir können euch natürlich dann auch einen 4K Fernseher hinstellen. Aber im Endeffekt hätte das ja dann wenig Sinn. Also es sollte auf jeden Fall schon irgendein Erlebnis sein, was ihr mit uns teilen könnt, was wir dann zusammen einfach erleben und wo wir dann Spaß haben. Ja, wir machen dann für euch ein geiles Video am 14. Dezember und davor sind auch andere YouTuber ran, später auch bis zum 24. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Teilen, nämlich ihr müsst euch erstmal die Teilnahmebedingungen durchlesen. Die haben wir euch ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und ganz wichtig ist aber auch, dass ihr am besten Zeit habt vom 6. bis zum 12. Weil das Video muss ja am 14. kommen, wir müssen das noch schneiden, bearbeiten. Also wäre gut, wenn ihr euch in diesem Zeitraum da Zeit nehmen könntet. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall noch, wenn ihr die E-Mail schreibt an wunsch.tube1.com, in den Betreff zu schreiben. Mein Wunsch an viel FIFA. Und da kommen noch andere wichtige Sachen rein. Wie? Wie Name, Alter, Wohnort, Kontaktdaten. So, Video ist vorbei. Ja, also jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles im Groben zusammengefasst. Und wenn ihr dann einen Wunsch an uns stellt, dann am besten auch sehr ausführlich. Jetzt nicht, ich will mit Stefan und Erne Enten füttern gehen, sondern auch was da so alles dazu gehört. Ja, also auf jeden Fall sehr ausführlich. Wir fassen jetzt nochmal ganz schnell alles zusammen. Also es geht darum, wir erfüllen hier einen Wunsch. Material oder Erlebnis, also 4K-Fernseher oder Bundesligaspiel oder sonst irgendwas. Genau. Zum Beispiel. AGBs lesen, also alles, wie ihr mitmachen könnt. E-Mail. Wunsch an tube1.com. Genau. In der Beschreibung. Mit Kontaktdaten, Anschrift, Wohnort, Telefonnummer. Und das war mein Wunsch an viel FIFA. Genau. Zeitraum 6. bis 12. Dezember. Ihr findet dann in der Beschreibung nochmal alles ausführlich erklärt. Also für diejenigen, die gerade so nicht alles mitbekommen haben, ist nochmal unten alles ausführlich erklärt. Genau. Macht alle fleißig mit. Wir freuen uns sehr darauf. Das wird bestimmt richtig geil. Das war es dann soweit von uns. Macht's gut. Haut rein und ciao. Bum. Hab gewonnen, Alter. Ne, ne, dabei stand besser. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu Erfüll dir deine Wunsch. Hey. Ja, Freunde. Ey. Ja. So. Wir haben für euch was Cooles am Start, Freunde. Und zwar. Du rätst so laut. Ja, ich rät immer so laut, Alter. Ja, Freunde. Wir haben heute was richtig Geiles für euch. Und zwar. Sagt doch, dass ich übernehmen soll. Ey, das ist so laut, Alter. Ich glaube, die kommen durch runter. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu... Jetzt hab ich's vergessen. Ich muss das doch sagen. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Ja, Freunde. Wir machen dann daraus ein geiles Video. Ja, Freunde. Und daraus bauen wir dann für euch ein geiles Video, was wir dann... Was? Warte. Ich bringe Meißen. Ich bringe Meißen. Bum, bum, bum. Ja.